So gut wie alle Kryptowährungen sind innerhalb kürzester Zeit gestern Abend nach oben gesprungen. Wir sehen hier Kursgewinne von über 10%. Wie kam das eigentlich zustande und wie genau sehen eigentlich die Liquidationsdaten aus? Das besprechen wir jetzt in Ruhe in diesem Video. Bleibt also gerne bis zum Ende des Videos dran. Und damit springen wir direkt in das allererste Thema. Und zwar geht es vor allem um die Daten der Liquidationen. Wir haben nämlich gestern am Kryptowährungsmarkt eine wunderbare Bewegung Richtung Norden gesehen. Der Bitcoin alleine konnte in den letzten 24 Stunden um 6,68% ansteigen. ETH ist hier nochmal deutlich besser weggekommen mit über 13,42%. Und auch die Top 10, Top 20 und Top 50, aber eigentlich auch die Top 100, die sieht ziemlich, ziemlich grün aus. Wir haben in den letzten Monaten weniger grüne Zahlen gesehen. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr schön, damit wieder aufzuwachen. Natürlich ist aber bei so einem starken Anstieg auch immer eine andere Situation maßgeblich daran mit beteiligt. Und zwar müssen wir uns die Daten der Liquidierungen ansehen. Alleine in den letzten 24 Stunden sind 1,13 Milliarden US-Dollar liquidiert worden. Das ist schon mal eine ziemlich verrückt große Zahl, wie ich finde. Alleine bei Bitcoin waren es über 551 Millionen, beim ETH sehen wir hier 479 Millionen und dann kommen weitere kleinere Altcoins dazu. Die meisten Liquidationen haben wir auf FTX gesehen. Das sind hier über 86,59% Short-Positionen gewesen. Und im Allgemeinen waren es sowieso vor allem sehr, sehr viele Short-Positionen. Und wenn wir uns die Gesamtdaten angucken, haben wir hier fast eine Milliarde Dollar an Short-Positionen im Vergleich zu 145 Millionen US-Dollar Long-Positionen. Long-Positionen werden natürlich auch gerade durch Volatilität dann mit liquidiert. Das passiert immer mal wieder. Gerade wenn es so einen starken Anstieg gibt, dann kommt eben auch die Volatilität mit wieder um die Ecke. Und hat natürlich Auswirkungen auf alle Trader, die gerade in diesem Umfeld unterwegs sind. An der Stelle sollten wir uns sicherlich darüber mal austauschen, was hier eigentlich ein Short-Squeeze ist. Denn dieser Short-Squeeze hat quasi mit dafür gesorgt, dass wir innerhalb kürzester Zeit mit so weit nach oben ansteigen konnten. Und das gucken wir uns einmal an. Unter einem Short-Squeeze einer Aktie an der Börse versteht man die überproportionale Kurssteigerung einer bestimmten Aktie innerhalb kürzester Zeit. Wir wenden das natürlich jetzt auf den Kryptowährungsmarkt an, das ist klar. Die Nachfrage nach der Aktie ist somit in wenigen Tagen über 100% gestiegen. Das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Wir sehen aber trotzdem eine ziemlich starke Situation. Ein ziemlich großes Interesse, was innerhalb kürzester Zeit aufgekommen ist. Das geschieht extrem selten und dieses Phänomen kann insbesondere bei Aktien auftreten. Das kann aber auch im Kryptospace auftreten, so wie wir es gerade gesehen haben. Ein Short-Squeeze kann jedoch nur entstehen, wenn es zuvor viele Trader gibt, die Short-Selling betrieben haben. Also in dem Fall also Trader oder Investoren, die darauf spekuliert haben, dass also eine Kryptowährung oder eine Aktie im Preis fallen wird. Und der Short-Selling ist eine Handelsmethode zu verstehen, bei der Anleger an der Börse auffallende Kurse von einer Aktie spekulieren. Das haben wir gerade besprochen. In diesem Fall leihen die Short-Seller sich die Aktie zu einem aktuellen Preis und tätigen anschließend einen Leerverkauf, um am niedrigsten Kurspunkt die Position wieder einzukaufen. So funktioniert am Ende in dem Fall Short-Selling. Und jetzt haben wir quasi die Situation eines Short-Squeeze und das ist nochmal etwas, was, wie gesagt, ein bisschen mehr Würze in die ganze Situation bringt. Denn dieser Short-Squeeze wird quasi wie hier das Ausdrücken einer Zitrone benannt. Also wir haben quasi wirklich ein regelrechtes Ausquetschen dieser Zitrone. Die Leerverkäufer sind nämlich dazu gezwungen, die Positionen zu schließen und treiben damit zusätzlich den Kurs mit nach oben. Ein Abwärtstrend wird also dafür genutzt, um steigende Kurse künstlich zu erwirken. Und das ist hier in der Grafik auch relativ gut zu erkennen. Wir haben hier also einen Short-Squeeze am Beispiel von AMC Entertainment Holdings gesehen und anschließend einen wirklich raketenartigen Schub nach oben. Der war aber nicht unbedingt nachhaltig, auch wenn es dann besser für die Aktie aussah. Wir haben also in dem Fall viele Short-Seller, die also hier liquidiert worden sind. Und in dem Atemzug gab es natürlich auch einige Long-Investoren, klar, oder beziehungsweise Trader, die Long-Positionen aufgemacht haben. Und die wurden dann natürlich auch wieder beim Fall des Kurses direkt wieder mit liquidiert. Und ja, dann kommt eben so eine Situation zustande. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir hier also größere Investorengruppen hatten, die sich darauf eingeschossen haben, diese Situation nun auszunutzen. Die Daten sind ja in gewisser Weise eben auch einsehbar, aber man braucht natürlich auf der anderen Seite genug Liquidität, um diesen Short-Squeeze überhaupt für sich nutzen zu können. Eine ziemlich interessante Situation. Die Frage an der Stelle ist natürlich, wie nachhaltig jetzt dieser Anstieg war. Und das werden wir wohl erst in den nächsten Tagen herausfinden. Was wir aber in diesem Atemzug außerdem sehen, ist, dass zum Beispiel UK nun dafür gestimmt hat, dass Bitcoin und Krypto als reguliertes Finanzinstrument akzeptiert und anerkannt werden sollen. Das ist natürlich eine großartige Neuigkeit. Aber ob diese Neuigkeit wirklich den globalen Kryptomarkt so extrem pushen konnte, davon ist erst einmal nicht auszugehen. Von daher sollten wir uns jetzt erst einmal zurücklehnen und natürlich die Situation weiter betrachten. Alle, die sich aufgrund von Volatilität immer so ein bisschen unsicher fühlen und nicht genau wissen, wie sie hier am besten unterwegs sein sollen, für die würde ich die Plattform Bitwavo empfehlen. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kannst du dir nämlich über die Anmeldung und Verifizierung direkt einen 10-Euro-Willkommensbonus abholen. Damit kaufst du dir dann zum Beispiel Bitcoin, ETH oder irgendwelche anderen Kryptowährungen. Denn über 175 sind auf der Plattform mittlerweile verfügbar. Und so kannst du dann nicht nur dein Kryptoportfolio aufbauen, sondern eben auch deine Bestände langfristig halten. Und so musst du dir dann keine Sorgen über kurzfristige Volatilität machen. Wir haben außerdem über eine Million aktive Nutzer am Tag und sehr, sehr niedrige Gebühren, vielleicht sogar die niedrigsten Gebühren, die es in Europa so gibt. Von daher melde dich gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung an und guck dir Bitwavo in Ruhe an. Wir sollten in dem Atemzug natürlich aber auch nochmal ganz kurz über die Daten der letzten Woche sprechen. Denn CoinShares hat ja ihren Digital Asset Fund Flows Weekly Report wieder einmal herausgebracht am Montag. Und wir sehen gerade, dass vor allem immer mehr Assets abgestoßen sind oder worden sind in den letzten sieben Tagen. Es ist immer rückwirkend, klar. Hier werden verschiedene Provider quasi analysiert und man wird dann oder guckt dann quasi, wie es hier eigentlich aussieht bei verschiedenen Assets und wie aktiv hier quasi Geld reingeschoben wird oder rausgeschoben wird. Wir sehen hier ein Minus von 5 Millionen, keine wirklichen Bewegungen. Ich würde sagen, dass wir hier auch eher eine Seitwärtsbewegung der institutionellen Investoren gerade wahrnehmen, die also gerade aufgrund dieser ja nicht so gravierenden Newslage und so weiter sich jetzt nicht proaktiv dafür entschieden haben, in den letzten sieben Tagen nochmal aktiv zu investieren. Das kann sich aber natürlich im Laufe der Woche dann eben nochmal verändern und da werde ich dich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Gut, an der Stelle hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es dann natürlich weiter mit dem nächsten spannenden Krypto-Video. Bleib also gerne mit dabei. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann morgen wieder.